Weiter geht es mit Pius, Pius Schwitzer, Courtney Cox. So, 14 und 20, das sind die beiden Zwischenzeiten, die wir haben. 14, hier der vorhin Einsprung in Kombination ist jetzt so ein bisschen verschmalert worden, eher so in Richtung hin eines Doppelriegs. Jetzt wollen wir mal schauen, wie seine Zeit hier geworden ist. 35, 3,9 Sekunden, also da ging es nochmal den Hauch schneller als zuvor. Daniel Engbers und Evening Black. 35, 3,9 Sekunden. Da ist die Schweiz. Foul name. Und jetzt kommt Orangie, die Niederlande. Die Niederlande und unsere Grüße für Mark Haussacher.